Ich habe offiziell Beef, und zwar mit euch. Naja, zumindest nach dem Video, wir bewerten jetzt nämlich Disney-Filme. Was ist besser, Ariel oder Dumbo? Ariel natürlich. Atlantis oder Bern-Brüder? Der Lieblingsfilm von meinem Freund ist Atlantis, deswegen muss ich den jetzt nehmen. Easy Peasy, Lilo und Stitch. Und noch easier, ich hab diesen Ralf-Film noch nie gesehen. König der Löwen und Susi und Sträuchy sind beide Klassiker, würde ich sagen. Aber König der Löwen ist einfach einer der besten Filme der Welt, deswegen. Okay, jetzt wird's schwieriger, jetzt wird's echt schwieriger. Aber ich glaube, ich muss mich für Moana oder Bajana entscheiden. Das ist noch schwieriger. Aber ich glaube, ich entscheide mich... Oh mein Gott! Soll ich mich da entscheiden? Wie soll ich mich da entscheiden? Nimm den schönen Unterspies, ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Sorry, mein Freund, aber Ariel gewinnt. Und hier gewinnt Lilo und Stitch. Und hier gewinnt... Ich glaube, ich nehme Moana. Oh mein Gott, ihr werdet mich hassen. Welcher Film, welche... Ist das richtig? Ich glaube, ich nehme Lilo und Stitch. Ich wusste, dass es kommen wird. Bitte hilf mir, was soll ich machen? Was soll ich machen? Welcher ist besser? Ich nehme... Ich glaube, ich nehme... Wajana. Es ist zu weit... Oh mein Gott, spiel nicht beide auf Hawaii? Ich finde es dann beide sogar so ein bisschen denselben Vibe, aber... Wajana gewinnt. Wer hätte bei euch gewonnen? Schöne sucking. Ich nehme das bare, also... Er ist besser. Ich nehme. Ich nehme.